Windows 8.1 ist das große Thema für die kommenden Videos. Mein Name ist Alexander Bahl und wir schauen uns gemeinsam an, ja, was kann ich mit Windows 8.1 machen? Was ist daran neu im Vergleich zu Windows 8? Wie richte ich ein Notebook oder einen PC oder ein Tablet mit Windows 8.1 ein? Wir haben natürlich auch die Touchwiedergabe und auch diese Funktion. Gucken wir mal, welche Gesten sind da möglich, wie steuere ich das Ganze? Wissen Sie was? Wir fangen jetzt erstmal mit der Einrichtung an. Dann geht es über die Bedienung, über die Apps, wo ich die herunterladen kann, bis hin zu Skype und SkyDrive und waren Sie einfach gespannt und schauen Sie hinein.